Musik Mich lassen wir heute einen Löwen-Tattoo stechen in der Mandala-Stinrichtung mit Blüten auf dem Oberschenkel. Und bisher geht es mir ganz gut. Wir liegen jetzt seit halb elf ungefähr hier. Es tut schon langsam weh, aber es ist noch auszuhalten. Mir gefällt die Convention echt gut. Es sind coole Leute da, alle nett. Hallo, ich bin Sabu Regina. Ich bin von Hungary und von Sweet Pain Ink. Und ich mache ein Tattoo. Ich denke, es ist die schwerste Weise, um sich selbst zu introduzieren. Und wenn du ein Artikel bist, du möchtest impressierst, die anderen Menschen. Und du möchtest expressierst dich. Ich bin von Cornel Kisch, von Sweet Pain. Das ist die erste Mal in diesem Jahr, wenn wir zur Convention kommen. Und ich freue mich wirklich. Ich mache eine Frauen-Face mit einem Kasten. Also, es ist ein Wanna-Do von Cornel von Sweet Pain. Das ist mein zweites Tattoo von ihm. Es ist auch die zweite Convention mit ihm zusammen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sind jetzt fast durch. Ich glaube, man sieht es auch. Ich bin auch schon ziemlich, wie soll ich sagen, dass es primitiv klingt. Ja, im Arsch. Nee, ich freue mich. Erstmal Neustart. Ganz cool hier. Passt soweit. Und jetzt schnack. Wir sind wirklich, wie toll hier, Bonte. Let dial es auf 14 eindeized. Na 90 Sekunden auf dive or Hertz die jumpsOURL undそうですね in 5 Stunden sind kurz Moss жестkonem